Das steinerne Mädchen mit den sanften Locken und dem Kleid, das auf der Haut klebt wie nach einem Platzregen, ist die Synagoge. Eine Augenbinde trägt sie, weil sie blind sein soll für die Wahrheit. Dies müsste ein Gedicht werden über Pogrome und Feueröfen. Aber leider kann ich nur an die verstaubte Varieté-Nummer denken, bei der die Hellseherin auf der Bühne mit verbundenen Augen alles errät, was dieser Sommermorgen als ihr Assistent mit Lichtfingern aus meinen Taschen zieht. Eine Rückfahrkarte nach München, einen Carondage-Druckbleistift, 7,38 Euro in kleinen Münzen und ein begonnenes Liebesgedicht. Dass sie mit ihrer verhangenen Regenstimme halblaut vorliest, Silbe für Silbe, als wäre es für sie geschrieben. Im Bamberger Dom von Ludwig Steinhar ... ...